Hallo und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombie Garden Warfare. Heute mal mit dem Darlokan. Ach, nur heute mal, ja? Nur heute. Ja, sonst nicht. Und mit dem Kranz. Hallo. Und mit der Julia. Hi. Und mit der Shiva. Und mit dem Kapuzenwurm. Ja, ich bin auch da. Xenix. Ich bin der Gast. Und Shigo. Und mit mir. Und Shigo ist auch da. Nein, Shigoria will ich bitte. Julia, hier scheint die Sonne. Zieh doch mal die warmen Klamotten aus. Ich will aber nicht. Du hast das falsch verstanden. Wo kommt der Name, Shigo? Ähm, das ist... Ist es griechisch? Nein, ich habe mal, als ich noch jünger war, Manga gezeichnet. Und da war eine Figur, die war eine Mischung aus zwei Charakteren. Der eine Charakter hieß Chi, der andere hieß Ichigo und daraus entwickelt sie Kigo. Ah, da hat sie den guten Namen kopiert. Das heißt, kopiert. Gut gemixt. Leute, ich baue euch hier eine Barrikade auf. Yeah, und ich heil dich. Ich heil dich. Was haben wir jetzt gemacht? Da ist ein Zombie-Fone. Da ist ein Zombie. Ich hasse diese Map. Ich hasse diesen Charakter. Und ich hasse das, wenn man rauschen hört. Oh, da ist der Zombie-Freistoß gewesen. Wenn das nicht der da ist. Natürlich bin ich da. Nimm die Kugner. Du bist bei den Zombies. Na, du bist Zombie? Ja, ich bin Zombie. Was bist du für ein Prenner? Ich kann doch nicht die Damen hier in unserem Team allein lassen. Ja, Grant, du bist bei mir, oder? Ja, ja, ich bin. Du bist true, Mann. Du bist true. Ja. Du wolltest halt nur gewinnen und den Spielspaß für die anderen reduzieren. Simmt doch gar nicht. Ich versuch's doch auch. Ich versuch's doch auch. Ich versuch der in die Zone zu kommen. Was steht denn der hier rum und bewegt sich nicht? Ja, spür, das kann nur Grant sein, der eine Drohne steuert. Nee, das ist Ari irgendwas. Ja, gleich bist du wieder tot. Drohne sei dein. In your face, motherfucker. Oh, jetzt wird er noch beleidigt. Oh, du steil, ey. Hier werden alle weggekommen. Nein, ich war schon wieder hinter dem Stein. Du meinst, er ist hier in der Zone, ey. Hat alle weggetackt, ey. Der cheatet doch, das kann mir keiner erzählen. Seht euch das an, wie die Zombies das einnehmen. Nein, das ist nicht okay. Das ist gar nicht schon, ey. Das ist nicht in Ordnung. Sehr gut. Muss ich hier gleich wieder den Zombies unterbauen. Meine ganzen Bo... Oh, lol, die Arme, Joan. Mein Zombie ist einfach... Jetzt geht auch hier nicht. Jawohl, sehr schön hier. Das ist aber nicht gut, Greg. Natürlich, das ist richtig gut. Ich bin in der Matrix. Irgendwas läuft da nicht. Wieso kann meine Drohne jetzt nicht schießen? Da habe ich wieder die Legs, oder was? Na toll. Aha, natürlich die Legs, ey. 56K-Fehler. Schön hier, ey. Aber was so viel wäre. Die Dalu gekillt! Oh, best der... Hast du einen Screenshot gemacht? Ja. Ich habe mich gemacht. So am Monitor. Ja, am Lack. Du hast an den Monitor gelebt und dann ein Foto gemacht. So habe ich das gemacht. Oh Mann, ey. Ja, auf Instagram ist er schon oben, ey. Live gefaltet. So sieht es aus. Jetzt kommt die Drohne, ey. Wo ist es da, die Tiger? Nein, 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 nein. Hey, es ist da, es ist da, ein Feuer-Fry. Oh, da werden wir mal schauen, wo die alle sind hier. Ah, guck mal an. Niemals. Oh, Feuer-Fry habe ich gemacht. Werde gewinnen. Es ist da oben. Es ist da oben. Was ist denn hier los, Julia? Mach doch keine Pause, Julia. Nee, nee, die lebt wieder. Weg da, Granz, ey. Da wurdest du getackled. Das Geile war, Granz, ich bin durch den Teleporter getackled. Ich habe nicht gewusst, ob ich dich gekillt habe oder nicht, weil ich war auf einmal weg. Ich bin in der Zone, ich bin in der Zone. Weg bitte, Dalu. Die Defense, die Dief. Oh, seht euch das an, wie das läuft bei den Zombies. Nein, ich wollte doch gerade schießen mal. Alles unglaublich. Die sind live. Schau doch, wie schnell die durch sind. Ja. Da muss man halt auch mal ein bisschen verteidigen, ne? Aninstall. Oh, nö, jetzt ist man gerade alles. Hau da ab, ey. Lage weg, du gebrenn. Oh, ich brenne, ich brenne, Igitt. Puste, du musst noch den Babyfreistoß mitnehmen. Lage weg. Dann legt er eine Miene beim Weg, nö. Ja, ich kriege alle Miene, ich kriege sie alle. Du hast mich nicht killt mit der Miene. Go, 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 go. Selfie. Julia, hast du das Portal gebaut? Nein. Davor? Nein. So, weil du sagst, das ist jetzt das Portal weg. Ich habe gehofft, das ist deins. Nee, es ist einfach generell weg. Ja, der muss wieder neue stellen. nein 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 die springt in den jespleis das ist um mich abzulenken Achso, dann hast du geklappt. Sehr schön. Oh, jetzt geht's los. Jetzt so einen Halbkotenwilz holen oder was? Was denn? So einen angeschlagenen, ich seh dich Kapuze! Da ist er! Oh, da ist er! Ich bin in der Zone! Nein, jetzt nicht mehr! Autschi! Oh man! Och, da ist er wieder tot. Du musst definitiv noch mehr spielen hier. Damit ich immer ein bisschen Skill oder sowas ähnliches entwickle hier. Oh fuck, das wollte ich nicht nach. Ist doch super, unser Team läuft doch richtig gut. Ja, aber ich sterbe und sterbe und sterbe und sterbe. Folgt einfach mir! Ich bin wieder drin in der Zone! Baby Freistoß! Wofür du rennst hier bei der Biene? Ich bin schon sowas von am tappen. Was ist jetzt kaputt? Jetzt versucht Grinz! Jetzt wird er den Spielspaß ganz entfernen! Er spielt da den One Button Bombe! Den Schnapper spielt! Den Schnapper spielt! Jetzt geht sie nur noch um den Sieg! Jetzt hat er sogar die Aufnahme gar nicht mehr laufen! Das kann's ja gar keinem zeigen mit dem Schnapper! Die Leute feiern das einfach nur, wenn man Dalu besiegt! Egal wie! Jedes Mal ein Selfie! Boah! Jetzt sind wieder 10 Daumen nach oben mehr! Kapuze! Baby Freistoß! Da ist er da! Da wurde sie wieder mal hier mit eingraben! Oh, da ist er jetzt einfach schon vor Schreck umgefallen! Ich hab mir erst mal Kapuze noch gekippt! Nein! Ach Scheiss! Schnapper! Lecker! Oh, da kommen die alle! Oh, da kommen die alle! Ah, shit! Ich bin weg hier! So, jetzt aber! Und? Wo sind sie? Wo sind sie? Ah, die sind doch wieder geflohen! Ja! Oh, da schießen sie auf mich! Wer schießt da auf mich? Sieht gut aus, Leute! Auf zum Atem! Auf zum Atom! Leute, rein da! Rein da! Wer schießt denn da auf mich? Oh, shit! Schigo! Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Scheisse! Warte mitgenommen! Schau mal zum Beigehen! Schigo wollte ja die Leute heilen! Auf einmal sind alle weggeflogen! Vorsicht, der Coach! Aber du hast mich nicht erwischt! Nee, ich hab dich leben lassen! Nein! Riva, ich belebe dich! Kann dich doch gar nicht töten! Okay! Na klar! Schigo bist du bei uns? Schigo bist du Pflanze? Ja, Schigo ist bei euch, aber es ist unfass! Deswegen darf ich nicht schießen! Oh, shit, ey! Was machen denn da? Au! In den Arsch! Da hat er sich wieder einen weggesnackt! Ja, komm mal her, du Snacker! Da hinten raus! Was mache ich, wie ich jetzt abgehe? Wie schnell ich jetzt auf einmal bedrohe? Soll ich mir was zeigen, ey? Nein, nein, nein! Nee, nee! Die hat's überlebt! Glück gehabt, Julia! Diesmal lass ich dich davon kommen! Nee! Danke! Da ist der! Nimm das Kaputte! Was hast du das gemacht? Babyfreistoß! Dann schießt du dein eigenes Baby! Du bist ein guter Vater! Du bist ein guter Vater! Du bist ein guter Vater! Kickt er sein Baby! Da ist Schigo! Oh, shit! Pass mich hoch! Pflanzen! Wo seid ihr? Kein Problem für mich! Pflanzen! Wo seid ihr? Wir haben einen sehr guten, äh, hier... Wie heißen der? Engineer! Er macht seinen Job fantastisch! Blechdreckdreckdreckdreckdreckdreckdreckd зм Pixój attemptet... приход Adam! Ja, bis dahin schiebt ja zu dir! Ja, das kann man nicht durch exploisen. Aaah! Ja, das ist vollkommen. Ihr nutzt ja auch alles nur Feuerblumen soший! Das ist doch nett! Ja, klacyj! Und dann nicht schlechtes zu zeigen, wenn für mein Team... für mein Team das Beste! Einmal, einmal, einmal treffen meter child ... Oh,u, da habe sie mich passiert. Du warst mein Erzfeind. Ja, ich war dein Erzfeind. So, rein in die Zone. Nein, ich brenne nicht. Was ist das denn bitte? Mal Kapuze wegmalern, der kann ja nichts. Wo ist er? Ach, das ist nur einer der genau so ist wie du. Ah, das ist wirklich wichtig. Depi Dave hat mich hier getötet. Xenex oder was? Nein! Xenex spielt die Commander. Ja, jetzt bin ich gestorben. Ah, Commander ist wichtig, aber leider ein bisschen langweilig. Ja, dann habe ich schon zweimal gekillt. Ja, du meinst so wie den Schnapper, ey. Schnapper ist lustig. Ja, ja, klar. Wie sie ich einfach nicht schaffen soll. Was ist mit denn? Wo ist denn der Commander? Da hinten! 98%, 9% Jawoll, da wird wieder durchgetackelt. Xigo! Jetzt bist du dran! Jetzt bist du dran, Xigo! Golfplatz Defender! Jetzt wird eingelocht, Leute! Das ist unsere Aufgabe! Wir müssen den Golfball einladen. Erstmal müssen wir ihn von da oben runterschießen. Da rollt er runter! Und jetzt müssen wir ihn einlochen! Die Golfbombe! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hört sich gut an! Das gibt's doch nicht! Jeder kickt sein Baby! So glaube ich! Baby Freistoß! Und wieder! Nein! Ich will den killen! Das ist schon das Ende? Ja! Das ist schon das Ende! Jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen anschieben! Wir müssen ihn anschieben, Leute! Immer hinter den Golfball stellen! Wer schießt denn hier? Die Dreckspflanze! Ha! Ey! Was? Ach Mist! Oh! Mensch, jetzt los! Es ist Krieg! Es ist Krieg im Garten, ey! Es ist Krieg! Oh nein! Wirklich? Oh Gott! Könnte mir jemand sagen sollen! Oh shit! Der Golfball muss weiter rollen! Einer muss hin! Da oben kämpfen die Pelle! Ich wollt doch gerade Mensch! Grants! Leute! Zum Golfball! Ich wollt gar nicht! Ist doch schon ein Wissenschaftler da! Keine Sorge! Na! Der Wissenschaftler in Essig! Bist du Feind, Hennex? Nein! Nein! Ich seh doch alles! Was bist du? Grants! Go away! Sag! Da hat er aber immer noch so ne Pflanze aufgeschrieben! Ich roll jetzt das Ding! Das gibt's doch nicht instant! Ich brauch Shigo hier im Team! Die heilt immer! Gibt's den Zong mit dem Leiler? Ich spiel jetzt den Low-Skill-Bärenwerfer, Leute! Achso! Der Ingenieur! Achso! Gut zu wissen! Und der Wissenschaftler kann eine Heelstation aufstellen! Oh! Hier ist schon wieder einer in! Ja! Weil er neukonnected ist! Er hat aber Hallo gesagt! Deswegen Hallo! Hallo, du Noob! Hallo! Sag gleich der Noob! Der liebe Mann! Gibt's doch nicht! Nein! Checkpoint! Jawoll! Jawoll! Das Ding rollt noch! 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 Ich schmal! Oh wie schnell ist es abgeliehen! Oh! Ich bin das Chili fliegen sehen! Oh da liebte erst mal Mistig! Deppi Dave! Mach mal was! Was sind denn die ganzen Dreckspflanzen? Was sind sie? Au! Ich seh die Pflanze! Ich seh die Pflanze! Ich kill die Pflanze! Ich kill die Pflanze! Tschüss! Nein! Du Arsch! Danke! Bitte! Komm! Die sind gleich da mal! Der muss weiter rollen! Eine Minute noch! Weiter rollen! Schreck dich mal an! Julia Schieber! 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 Für die Macht der Liebe! Schieber! 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 Ich kann nicht mehr! Ich hab gleich keine Money mehr! Julia! Schieber! Schieber! Los! Da liegen meine Miene! Das ist alles vermehnt! Wie im Krieg! Im Weltkrieg ist es hier! Ey Miene verstoßen gegen das Gesetz! Nein! Es gibt kein Miene Gesetz im Krieg! Komm schon! Da sind sie wieder alle tot Leute! Ich bin wieder raus Leute! Tschüss Schieber! Oh nein! Tschüss Jig! Ich bin da! Ey, Juri hat hier so nen Toiletten-Zombie beschworen! Komm, den Checkpoint erreicht! Juhu! Jetzt haben sie noch mal 40 Sekunden. Grinch! Ey, du Leber! Er lehnt hier rum mit der Noob-Klasse! Jetzt packen wir das Ding hier und bring's durch! Oh, da du führ zu... Ne, ich führ! Grinch! Mach durch! Mach dich! Mach dich! Wo seid ihr denn? Das Ding rollt durch, Leute! Nein! Oh, nee! Kommt schon! 13 Sekunden! Sag, da muss Grinch wieder alles alleine aufhalten! Ah, geht das Ding! Mich will ich gar nicht mehr sehen, wenn ich noch hier abschießen muss und wenn nicht! Das ist so grausam! Nein! Und? Nein! Boah, war das knapp, ey! Wer gibt's noch, Leute? Professional Gameplay! Na, nachdem wir einer weniger waren, als Shiva uns verlassen hat, hab dann auch noch ne Chance gehabt! Ja, klar! Die war das natürlich, ja! Wenn die raus ist, ist das natürlich, da kann man mal verlieren! Ja, ja, ja! Aber er war gut da, du! Aber... Tja! Im Rahmen eurer Möglichkeiten! Im Rahmen... Also für euch war's gut so! Ja! So, jetzt kauf ich mir auch einen coolen Sticker zum Bustownpack! Ich will mir jetzt einen neuen Charakter haben aus Frust! Ich kauf mir das Super Premium Pack Deluxe! Und ich krieg einen beschissenen Kaktus! Den will keiner spielen! Doch! Mach auch mal! Ich mach auch mal! Toi! Ah, ich bekomm so einen Oyster! Den würde ich ja noch spielen! Ja! Der Part ist aber vorbei! Shigo macht noch die Abmutter! Ja! Dann würde ich sagen! War lustig! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao! Tschüss!